hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem wunderschönen kleinen friedhof ich habe mir auf die übergang über die auf die karte und wir sehen können sie jetzt wunderschön verfügbar was ja vorher denke ich mal nicht so der fall war so hier unten in dem untersten bereich haben wir uns durchgeschlagen in aller docksalder maniere und ja jetzt versuchen wir weiter vorzudringen um vorne zu unserer zimmerkierung zu kommen aber erst mal schauen wir ob die gegner geschlachtet haben fest würden oder ja hier haben wir also kein problem hier unten haben wir nach vorne starten wir mit mir halt in dem oberen bereich wieder landen das ist einfach nur nicht an der gleichen stelle refreshen wie wir gespeichert haben aber naja ist ja kein großer weg wir haben wieder die erste gegner und die man mit unserer super kommut natürlich wieder eingeschickt mitzeln können hier ist ja noch was großes ne hier ist nur ein Leben aber naja kann jetzt bitte was zurück so wieder extrem verfallenes gebiet können wir hier hinten ja hier kann man auch noch lang gucken ob man ja noch was finden eine kiste oder paar sehen das ist ja auch doch schönes senzul bekommen mit zweitwaffe aber mit der kann wieder so kommen bestimmte schädt durchschnitt ja leider nichts den weg muss man lang hier war noch ein separater bereich wie es aussieht kann man noch in das gebäude rein Wir haben jetzt mal einen Gegner und ein bisschen Kitzel. Nee. Komm runter. Machen wir es halt so. Können wir auch nichts. Da habe ich es doch nicht in das Gebäude rein. Schade eigentlich. Oder kann man hier irgendwo drauf klettern? Nee, keine Hautwand. Ey. Hier geht es runter. Ja, schauen wir erst mal. Ah, hier ist wieder so ein Gigant. Ich bin wegen des Zerstörers her. Ich bin da heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht sehr schwer sein, sie zu finden. Aber ein Stierfluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren. Für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Aber zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Jaaa. Okay, jetzt bin ich halt mal. Jetzt muss ich meinen großen Freund helfen, die verdammten Portale hier zu schließen. Beziehungsweise die Fluche zu brechen mit den Gegnern. Vorher schaue ich auch mal nach hier runter. Mal schauen, was wir hier noch finden können. Hier wird noch schon nichts. Wie es aussieht. Nicht in meinem Gegnern. Sucks. Und immer noch nichts. Und hier kommen wir nicht lang. Alles klar. Paarischen. Jetzt bleiben wir vorne. Ich komme von der Seite. Oh, 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 oh. Ja, natürlich. Spannbar ist heute. Boah, das war jetzt dunkel unten, ey. So. Eines ist... Ah, zwei sind ja klar um die Ecke. Das ist schon mal gut. Aha, so sind die aus. Schau mal rein. Voller Schmerz betreten wir ein Portal. Gegner worden nehme ich an. Oh, das Auge, das Fenster ist... Aber euer Auge des Sarumons. Aus Herberringe. Wer weiß. Ho, ho, ho. Luftbrügelei. Luftbrügelei. Halten Sie L2 gedrückt, um sich auf Gegner zu konzentrieren. Halten Sie Viereck gedrückt, damit Krieg seine Feinde in die Luft befördert. Drücken Sie wiederholt Viereck, um Feinde in der Luft mit einer Kombination anzugreifen. Besiegen Sie fünf Feinde innerhalb der vollgebenden Zeit mit Luftangriffskombinationen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden sie als Belohnung ausgegeben. Hey, das klingt doch super. Ah. Ordentlich sehen. Mann, komm ich zu Hause. Für Leute wie dich ist dies sicherlich keine Herausforderung, oder? Ja. Boah, das ist jetzt eine Kombination. Ich kann. So, schön. Dann gib es hin. Gut, jetzt bin ich wieder bei 922. Das geht doch schließt sich. Ah, dann kommt das mit neuer. Ausgezeichnet. Ohohohohohoho. Ah, wenn mich das nichts gekostet hat. Was soll's? Wollen wir unsere Serben schön auffüllen und verschwinden aus dieser... Wer ist diesen Hellenbotei? Eins hätten wir damit schonmal. Bleiben noch... Drei. Dann gibt es andere schon wieder hier mit Ecke. Schön, dass die Gegner schon mal down bleiben, die wir vorher besiegt haben. Das könnte interessant werden. Die nächste Herausforderung beginnt und sie lautet... Und... Tempo Prügelei. Besiegen sie 40 Vereinten innerhalb der vorgebenden Zeit. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden sie als Belohnung ausgegeben. Oh, Angst! Zombies! Ich stöße diese Netze quetschen einfach mit der Kreistaste, weil ich jetzt ein kleines Schwert halt einfach... Ja, auch nicht. Bis jetzt kein Problem. Selbst ein anderes Stück haben wir schon mal. So... 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 Wir hatten schon mal 32. Ah, scheiße, ich bin nicht oben. Mit dem kleinen Junge... Ah! Verdammt! Kannst du dich einmal vorbauen, dass du eigentlich da bist. Zack! Jetzt nehmen wir uns hier die kleinen... Die Decks. Die ist schon froh. Dann... Was gar nicht mit den Decks zu lachen. Gott sei Dank. Ah! Bleibst du weg! 8, 9, 9, 9, 30... Oder jetzt hier noch so ein Kleiner. Joao! Joao! Fick dich! Come down! Ich brauche es mir nicht zu sagen, ich weiß nicht, als ich gezeichnet gespielt habe. Das war Pedale Nr. 2. Die Hälfte hätten wir uns schon wieder geschafft. Jetzt schauen wir mal hier unten. Hier unten noch Gegner treffen. Auch in dieser Schattenwelt. Aber ich finde es echt schade, dass wir keine schnellere Fortbewegungsmöglichkeit haben. Jetzt dieses fadige Lauf. Das Dächen bringt unser Handelgrad weiter. Aber egal, vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe des Spiels. In dieser Schattenreihe scheinen auch keine Zwischengegner zu sein, wie es aussieht. Damit können wir uns schon mal schön auf das Produkt. Dann haben wir wohl drei. Kurze Zeit. Mal schauen, welche Herausforderung uns jetzt erwartet. Schnell 40 Kills waren die Zweige. Und die erste waren Luftangriffe. Mal schauen, wie es jetzt kommt. Vergiftet. Töten sie 50 Feinde, bevor Kriegsinfizierte Gesundheit aufgebracht ist. Für die bleibende Gesundheit werden sie als Belohnung ausgegeben. Mal schauen, wie schnell wir das packen. 50 jetzt. Boah. Ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Das bringt uns das nicht zu schnell um. Wenn wir hier einige Flächen. So. Und dann sehen wir ja. Eier noch frisch durch. Es ist nasselt. Das sehen wir. Das ist wie jetzt auch. Wir gehen noch so. Das sind hier noch zu. Wo ich meine Gesundheitsversorgung habe. Aufpassen kann. Schau. Ne, komm dran. Komm dran auf den Mörder. Ah, scheiße! Etc genug. So. Der nächste Gegner. Komm hier. Oh, der bleibt dann mal da. Wenn du so einen Zeitdruck hast, ist es immer so stressig. Es ist nicht so, du dich gesetzt. Auf der Kombus kannst du auch nicht achten. Zorn wieder auffüllen. Und dann... ein sauberes Ding. Jetzt kann man schon sein, wenn du nicht reibst. Ich hab hier auch dann... Gut, das ist schon reitsch, wir sind in der Gesundheitskiste. Oh, nicht so ein Drecksding. Komm, komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah. Kannst du ja nicht mal aus irgendwas Kanzel zu sehen. Kannst du ja nicht mal aus irgendwas Kanzel zu sehen. Ich bin schon fertig. Oh ja 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 ja! Ich brauche es zu an. Eingeh'n wir auf. Das halten wir es doch. Und die Energie und auch diese Herausforderung. Kein Problem. Das ist ja nicht richtig wahr. Das ist in dir stecken. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt schwärmst du rum oder was? Der Wind steigt auch nicht mehr dein Ansehen. Kein Normaltisch. So. Jetzt fahrt er hin. Zum nächsten. Geh' doch. War ja so. Auf zum nächsten Mal. Auf zum nächsten Mal. Das blutige Ende. Kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden. Größe Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können. Töten sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit Kreis. Töten sie innerhalb der vorgebenden Zeit 30 Feinde, wobei sie nur Kriegs-Sofort-Tötungsangriff nutzen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden sie ihnen als Belohnung ausgegeben. Na hoffen wir mal, dass schön viele kleine Gegner kommen. Gut, die kann ich ja auch sofort killen, die wir von uns gesehen haben. Ähm. Ich brauche unbedingt mehr Seh'n auf jeden Fall. Ich will die Sense. Ich will diese bescheidene Sense um. Ich bin jetzt zum nächsten gesprungen. Wer bleibst du da? Ja. Das muss ich ja ziehen. Was ist das mit denen? Alter, so. Ah, da ist einer. Sauber. Sauber. Das geht Zeit gespielt. Das ist so unschön. Man hat immer Schiss, dass man keine Zeit hat. Und dann können unsere Rhythmus nicht genug. Und ey. Grüß dich. Jetzt wieder eine. Jetzt gedacht, schön ausgewiesen. Fliege, wo ist Fliege, wo ist Fliege, wo ist Fliege? Ach, was hier. So, hier wieder eine Zeit. Auch schon mal. Ne. Auch der Auge kurz bisschen nach. Oh ne. Ich will keiner als Käpfer haben. Boah. Mit dem Griff habe ich mich gerade gerettet. Wuhuhu. Aber schön, dass ich bei Geeknuss dann... Aaaaah. Komm, renn wir sie doch mal an. Ist doch okay, ne? Ah, hier ist Nächster. 25. Nächster. 26. Krann. Alderman. Pio. Wieder gerettet. So. Zack. Oh, da muss ich dann die... Oh, klar. Zwei. Mit dem... Albon. Und nochmal ausgeweidelt. Gibt's doch nicht. Oh, komm, komm, komm. Sauber. Endlich geschafft. Sau 2010. Wenn aber trotzdem noch 3000. Leider, leider. Block gegen Angriff. Kriegsabwehrinstinkt ist da wach. Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren. Drücken Sie dazu kurz vor dem Einschlag R1. Schauen wir, ob das... Zu behaupten ist. Und hiermit Ende die... Portal... Yacht.